Mikro? No. Weil das eben so du-dum gemacht hat, du-dum. Ja, genau so. Ich hab gegen meinen Popkiller drangestoßen. Du hast gegen einen Popkiller drangestoßen, okay. Ja, gegen meinen Popkiller drangestoßen, ja. Drangestoßen. Ja. Ach, weißt du, mit was ich anfange? Drangestoßen. Ja. Torant Schild, Wort und noch ein Wort. Basta aus. Ich fange seit neuerdings immer jeden Supporter an. Ja. 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 Das ist ein Woodplank für Minecraft. Das ist ein PC, Alter. Ja. Das ist richtig das Blechding. Ja. Ja. Hm, 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 hm... Hoi, ich kraule wieder meinen Bart, alter. Hört man das? Ja. Na, das ist überlang, legger. Das ist überlang, digger. Oh Gott, Türken. Hm. Ich will doch keiner haben. Nicht import. Sennen Seviorum. Afterlock. Nein, mit Türkei-Language, Bro. Es ist Modlane, habe ich doch gesagt. Six ist bot und Davius ist bot. Was sage ich? Ja, ich habe doch gesagt, die Primates sind botlane. Chaos wird folgen. Oh, sechs. Oh, sechs. Lern mal zu snipern. Lol. Lol, er hat den Incent gepickt. Was geht denn bei mir? Ja, aber richtig krass. Toplane hat gewonnen. Sterb, du Hurensohn. Die Diamond Plays hier auf Toplane. Er hat fast, ich habe fast Fast Blood gemacht, Digga. Ich war schneller als er fast. Oh, fuck. No, 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 no. I want to die und die die. I want not to die. Die die die. What the fuck, diese Six, Alter. Oh nein, und sie flasht sich. Du hast gerade so einen Über-Noob auf der Bot, Digga. Ja. Scheiße, ich habe den großen Minion verpasst, Alter. Ich soll sterben, Junge. Ehrlich. Ich habe den großen Minion verpasst. Was sieht das daraus? Ja, ich hasse Caitlyn. Kosomag. Kosomag. Also, Kosomag. Na, was geht? Trindamer. Tschüss, er ist schon wieder Half-Life. Ich hasse die Caitlyn jetzt schon. Warum spiele ich mit einem dummen Noob zusammen? Ey, Caitlyn ist richtig bad. Alter, die macht nix. Ich werde gefokust. Die bleibt stehen. Ja, die ist richtig dämlich. Aber es ist normal, Digga. Sie ist Bronze. Also, diese Bronze Blaze verstehe ich nicht. Oh Gott, die kann nicht mal Lars hätten. Chill, Junge. Sie ist Pro, Junge. Sie lernt noch. Ich habe sehr viel Geld holt mit Spielern, aber das ist mir zu viel. Who's next on the chopping block? Ich liebe Renekton, Alter. Der wird auch überkrass oft gepickt in der letzten Zeit. You can know what I mean? Ja. We use your main spell. Pfff, der macht nicht mehr Schaden. Destruction approaches. Tschüss. Grab the Laterne, Bitch. Alter, die. Immer die Laterne. Ja, merkst du was? Nimm die Laterne, Caitlyn. Das funktioniert, Caitlyn. Trust me. Komm. Verpiss dich. Komm. Ekliger Tryndam, er ist fast wieder tot. Alter. Die Caitlyn kann nicht. Ja, lass doch einfach. Die ist Bronze. Erwartest du von einem Bronze-Player? Mal ernsthaft. Und sie stirbt. Oh Gott, Caitlyn, geh back. Geh back. Ich erwarte von einem Bronze-Spieler nie viel. Ja, Gott. Chill doch, WTF. Was hat Call-Flame-Arts, oder was? Nee, die kommen jetzt unter mich Tower-Diven. Ist Javan Bot-Lane, oder was? Javan war Bot-Lane. Die haben mich gerade in Tower-Gedive. Die haben mich gerade Tower-Gedive. LOL. Weißt du, wo ich komme? Ich komme jetzt zu dir hochgereist. Nein, Mann. Ich habe keinen Bock, hier Doppel-Rane zu machen. Ja. Ich hab den Trinder schon wieder auf die Backen gehauen. Ich nehme jetzt ihr Farben, das reicht mir. Der hat spannend, ich bin doch mal WTF. Was? Ich bin so hardcore am Ragen, Mann. Nee, ich krieg den Ausraster. Du sagst eben doch, dass dich das vernervt, wenn Leute so Ragen und jetzt machst du es selber. Sieht in der Sultan-Skin aus. Oh, das geht so. Oh, Alter, Ding hässlich, Alter. Das große Schwert, das sieht aus wie das, das sieht aus wie das Trinder-Meer-Schwert. Ich muss sie jedes Mal beschützen, wie eine Geist. Kayle ist da, geh rauf. Geh rauf, Alter, scheiß auf sie, geh rauf, einfach. Oh, Gott. Schwender, mehr braucht Gangs auf der Top-Line, das ist ja hart. 30 Sekunden habe ich meine Ulti wieder, solange darf ich nicht so viel Leben verlieren. Es hat Scaled, Reich-Tötung. Endlich. Report S für Unskill. Ich reporte gleich, ey, Caitlyn. Sorry. Ich glaube, sie ist erst neu dran. Ja, gut, Alter, Trinder-Meer. Gebt mir auf die Eier. Er wollte zu mir kommen. Wer? Ähm, Ezreal wollte zu mir kommen. Macht der jetzt einen auf Adi-Carry oder was? Ja. Lol. Nehm die verdammte Laterne, wenn ich... Oh, shit, der Huren sind halt Red-Buff. Ja, geh doch back, Mädchen. Geh doch back. Geh doch einfach back. Lass mich doch mal einfach hier in Ruhe fahren. Ah. Top is miast... Is miast... Miast, 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 miast. Oh, Gott. Scheiße, ich kann im Moment nicht fighten. Weil Trinder mein Red-Buff hat, der wird mich fertig machen. Nein. Dann hat er auch noch seine Ulti, da kann ich nichts gegen machen. Naja. Da kann ich so gut sein, wie ich will. Das ist... Wenn der seine Ulti anmacht. Und den Red-Buff noch hat, der Slope mich in den Tod. Ja. Dann der True-Damage dazu. Ach komm, Sex. So spielst du so scheiße. Aber dafür habe ich jetzt den einen getötet. Aber den Trinder-Buff hat es ätzend. Oh Gott, die ist so doof, um den großen Nass zu hitten. Drake. Ja. Ja, Trinder-Mails weg von oben, ne? Wer ist neben dem Chopping Block? Die Lappen-Mailinie. Die Lappen-Mailinie. Die Lappen-Mailinie. Die Lappen-Mailinie. Oh, der OP-Block 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 OP Alter Was macht sie? Ich kann nichts Ich bin zugekommen Mein Fail-Flash-YouTube, habt ihr es gesehen? Holy Jesus Das war so ein Fail-Flash, Alter Sorry, ich kann nichts machen Mit dieser Catelyn, sorry Mit dieser Catelyn, oh Gott Guck mal die Plays an von ihr Das ist Catelyn, sie hat einen Diamond-Elo-Mitspieler Wieso, ich würde mich mit sowas gar nicht Ne, ich würde mit sowas nicht zusammenspielen, Alter Die hat ja gar keine Ahnung, die ist ja richtig dreckig Allein die Items, die sie hat, GG Ich schalte, ich schalte meinen Catelyn an Den was? Nothing will stop me Komm schon, gib mir noch ein paar Du Huren Du Huren Lasses cannot escape me forever Keine Ahnung, Trinder-Mass-Bed, Alter Richtig schlecht Ist das für Elo-Bronze, oder was? Sie? Ja, Bronze Siggy Siggy Chaos will follow Chaos will follow Trinder-Mass-Bed Trinder-Mass-Bed Kickt jetzt wieder von mir Auf die Mütze Oh, fuck Ah, ich seh meine Maus nicht Da ist sie Noll Nimm die Laterne Trinder-Mass-Bed Ja Kein Fleck, Alter Oh, oh Don't feed him Boah, Sig's hat den zum Glück gekriegt Ja Ich Gib ihm die ganze Zeit die Laterne Er nimmt sie nicht Der Diamond-Spieler nimmt keine Laterne Von mir Ja, ist zu cool dafür, Bruder Bruder, ist viel zu cool dafür, Mann Ist zu cool Ich möchte ihn gerne mal fragen Kannst du nicht mit deinem Pre-Mate zusammen spielen Wenn der was von dir lernen sollte, oder Frage ihn jetzt am Ende vom Game Ja Weil ich krieg da echt einen Kollaps hier Jetzt bist du wieder ein Flamer Ja, ja Ist doch immer dasselbe, ey Das Bullshit Weißt du, ich scherf jetzt Mütter aus Ein bisschen, weißt du Weil Ich kann mit Guck mal, Caitlyn stirbt alleine Later, bitch Nice, ich und Kayn, Alter Wir haben gerade Trin aber auch keine Ulti mehr Wir haben gerade den Hosen-Latz hochgezogen Den Hosen-Latz Den Latz Ja, mit Gangplank kommt es eigentlich gerne zusammen Ne, das Problem ist einfach, dass die einfach alle voll bad sind Also der Trin da mehr nicht, aber Die Enemies sind hohl wie Stulle, Alter Die sind alle hohl wie Stulle Oh, Eichelkäse Es gibt 9 Gold Äh, 90 Gold Goddammit Den hab ich nicht gekriegt, Alter Schande über mein Haupt, Junge Ist Trin da mehr da? In der Mitte? Oh Gott Die Minions, Alter Die Minions Guck mal, die Minions jetzt an Die Minions verfolgen mich überall Die waren Mitte gerade Okay Oh Gott, was macht die Kale da? Kale! Oh Gott. Ein rettartiger Kale. Chaos wird von dir folgen. Kale! Kale! Ich bin im Rage-Mode. Ey, du würdest auch total rum-rage, wenn du so... Warte, pst! T-t-t-t! Du Hurensohn! Oh Gott. Stopp nicht! Oh, Javan ist hinter dir. Der ist so schlecht, Alter. Loll! 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 Schwindelmeer hatte seine Ulti gemacht, wo er weggerannt ist! Wieso hat er instant seine Ulti wieder? Äh... Ich weiß es nicht. Loll! Äh... Ja! Äh... Gangplank kommt nicht mal. GG, GP, Digga. Aber echt GG. Er kommt noch nicht mal. Er sieht, dass ich da bin. Ich wär gekommen. Hättest du aber eine Lantern rüberwerfen sollen. Ja, er... Er hat's noch nicht mal gemacht, weißt du. Ich hab ihn sogar... geignetet. Ich hab ihn geignetet und er stirbt nicht. Ich hab ihn eh noch gemacht und hab ihn nach Auto geht. Er stirbt nicht. Er stirbt nicht. Also, langsam... Das ist für mich so... Ich weiß es nicht. Oh, Darius macht seinen Blue. Hier die alte Patoffel. Darius ist da unten. Ja, klar. Oops, I did it again. I cock in my pants. I think I'm a swan. I did it again. Ack, Ack, Ack! Ack, Ack! Ack, Ack! Ack! Trindar mehr als Miss? Ah, die sind mitte alle. Alle auch Trindar? Jaja! Die sind alle mitte. Ja, die kommt zu mir... really cool. kommt zu mir. Oder? Ja, die kommen zu dir, Digga. Die kommen zu dir. Ja, das Renekten mal weg. Ah, die Minions haben schon meinen Job gemacht, das ist gut. Mhm. Aber wenn Trinder mehr und Darius kommen, dann hab ich keine Chance, dass die Möbel mich tot. Naja. Einmal, ich brauch Potts schon gar nicht mehr. Ich brauch Ward. So. Also, Catelyn hat ihn gut gefeedet, weil ich andauernd wegen ihr verreckt bin. Wen? Darius. Sie hat nur drei Kills, ich bin viel besser als er. Komm mal, Darius ist ein Fahrmann. Er war nur Support, oder? Naja, du bleibst schon hier. Oh, danke. Was denn? Riesig old. Was hat er denn gemacht, Minion? So. Last gerettet, bitch. So muss es sein. Wow. Nimm die Laterne. Oh, God. Die Catelyn ist so dumm, Alter. Ich komm. Alter. Alter. Hast du das gesehen? Ich werf die Laternen. Geh schon weg. Eigentlich hätt sie zu mir jumpen können, weil er davon ausgegangen ist. Okay, lass mich fahren. Du nutzloser Support, du. Ich bin gerade momentan ein bisschen nerd. Warum? Einfach chill, Junge. Who knows? Oh, ist er noch? I'll leave them in pieces. Ups, ich mach mir in zum... Black. Sterb, Minion. Oh, God. Dieser Gangplank ist total krank. Oh, God. Der ist voll witzig, Digga. Geh drauf auf ihn. Oh, nein. Juhu. Oh, fuck. Er stirbt wegen meinem Ignite. Er muss sterben wegen meinem Ignite. Sag ich doch. Ich wollte gerade sagen, er stirbt wegen meinem Ignite. Er hat schon Ignite drauf gehabt. Ich hab einfach meinen Ignite nochmal nachgesetzt. Ich hab meinen Ignite draufgesetzt. Fuck. Jetzt geh ich aber ab. Wow. Die essen mich los. Hi, Bruder. Gott, ich geb den... Das killt doch nicht Kayle, Alter. Bist du des Wahnsinns. Ich hab's mir auch schon gegeben, den Kill. Den hab ich auch jetzt zweimal abgerollt. What? Oh, Dario ist wieder da. Oh, Gott, Kayle wurde gesneakt. Papa Bear geht jetzt erstmal back, weil ich muss Top Lane gucken. I need help. Was so weak. Why are you, Kayle? Oh, Gott, Top Lane. Ja, ich hau ihn jetzt auf die Backen. Komm, 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 komm. Wo bist du? Ich? Ja, du Knochen. Oh, Speeder. Don't chase. Gott, Bot Lane, der Farm. Alter, Bot Lane, der Farm. Oh, Gott, Kayle will den Red haben. Vereitel es. Ja, ich hab ihn gekriegt. Hahaha. You bet. You don't need it. Ist mir doch scheißegal, Alter. Sie ist bad. Und dabei bleibt's, Alter. Guck dir doch mal ihre Stats an, Junge. Eins zu drei. Ich und GP sind die Einzesten, die hier was machen. Ich laff sie nochmal ein bisschen aus. Wenn ich flamen würde, wird sich das anders anhören. Hahaha, der Dead Coup, Digga. Ich hab so viele Life Points und ich sterb an einem lächerlichen Six. Ich sterbe an einem lächerlichen Six. Natürlich mal. Ich muss back einmal. Warte, ich komm sofort zu dir nach oben. Fuck off of my tower, bitch. Ich komme. Geh auf ihn, geh auf ihn, geh auf ihn, geh auf ihn, geh auf ihn. Oh, oh. Nein, du fährst meinen Tower nicht an, du bitch. Shutdown. Gut, geh auf ihn. Du hättest warten, sondern ich wollte ihn shut down. Hahaha. What? Do you have someone in my teeth? Slow? Yeah. Oh. Did you have seen that? Oh my fucking God, Jesus Christ. Dead Speed. Dead Speed. We don't play all, we play Need for Speed. Yeah, Need for Speed. I need Need for Null. Hahaha. What a absurd, bitch. Guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal. Oh, hello, my name is Percy Jackson, working friends. The girl just reset it. Come in the middle, quickly. Give my speed up. Grab the wall. Grab the wall and pull inside. Die sind in the middle, nicht mehr da. Da ist er doch. Da ist er doch, der Six. Hock ihn, du Nazi. Los. Tu was für dein Geld, Junge. Ja, was denn? Ich hab doch kein Speed. Er verfolgt mich. Grab ihn dir, schnell. Hab ihn. Geil, wer hätte ich jetzt mit der Lantern gegangen. In dem Moment. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Komm, wir fighten ihn. Holy shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin so tot. Ich bin auch down. Fuck. Wir hätten ihn locker fighten können, aber ich hab nicht mehr gesehen, dass die andere von hinten kommen, diese Wischgesichter. Haha, Renekton. An enemy has been slain. Oh Gott, wo zielt die denn Hürden? Die ist so schlecht, Junge. Ey, sorry, aber... Die ist blöder als Klopapier, Alter. Ja, guck mal. Die hat 190 Games, ist in Bronze. Und die war letztens, sie ist Silber, ne? Silber. Jetzt weißt du, warum sie in Bronze ist. Jetzt weißt du, warum sie wieder Bronze ist. Wegen ihren Muffin-Play. Und das regt mich so auf, wenn man nicht ein ADC spielen kann, dann sollte man ein ADC... Guck mal, sie haut ab, anstatt Shift und Q zu machen. Sie haut einfach ab. Guck mal, sie läuft einfach weg, anstatt so ein bisschen Abilities zu use. Ja, nicht Abilities, sondern einfach Auto-Attacken und nach hinten gehen. Kiten, kiten, kiten. Einfach kiten. So wie du letztes Mal mit Vayne. Hä? Das war letztes Mal mit Vayne, das habe ich verstanden. Ha, ha, ha. Wenn drei Verrückte auf einen an der Truffschirmen... Ja, die Ausredung... Ich komme. Ich komme. Ich komme. Schau den fucking Tryndamere. Junge, bleib mal stehen hier. Oh, Hihokin, Hihokin, du Fats. Er weischt aus. Komm her, tritt ab. Sicherung, Köl. Also, die Scheiße geht mir nicht immer länger, ey. What? Do you have someone in my teeth? Oh oh. Fuck off. Nope. Okay, fighten. Doch nicht. Hau rein, wir sehen uns, Bruder. Hau rein, Bruder. Hau rein. Viel Spaß noch. Viel Spaß in der Hölle. Komm, fighten. Okay, ne, wir sehen uns, Bruder. Hau rein. So geil. Du lässt mich einfach, dein Trash lässt du einfach in den Stich. Bruder, jeder wie er verdient. Jeder wie er verdient. Deine Torte lässt du in den Stich. Oh, die machen Barron. Oh, die machen Barron. They do Barron. Ja, ja. Los, mach deine Ulti und klau den Ding. Oh, Twin Noob. GG. Noob, ey. Noob, Hurensohn. Hurensohn. Er hat keine Ulti already gehabt. Ja, ja. Die Ausreden. Kann man sich ganz schnell ercheaten. Easy. Er wollte nur nicht. Wollte nur nicht. Jetzt ist es so retarded. Egal, die müssen sowieso defenden. Mehr können sie nicht machen. Er haut doch einfach ab. Und Drake ist ab. Wir müssen zwar Drake machen. Warum höre ich bei dir Bullensirenen? Ich höre bei dir Bullenresin. Und die Caitlyn, Alter. Darius ist so hässlich. Er benutzt Ignite und alles Mögliche. Gib mir mal die Lantern nach hinten. Ja, die Lantern steht da, Alter. Ups, das sind zu viele. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh nein. Äh, fuck off. Hau rein, Bruder. Hachiu, Javan. Ey, der Master hat mich ja immer. X der, Bruder. Kann ich aber auch. Ah, hier, guck mal den an. Hachiu, Javan macht einfach nix. Was, do I have someone in my team? What, do I have someone in my team? Hehehe, Javan. Ich hab Randi nichts angemacht und dann hab ich ihn mit dem Dicks rausgezogen. Da konnte er sowieso nichts mehr machen. Da hätte er auch versuchen können hinterher zu kommen. Das hätte ihm nichts gebracht. Ich habe ihn mit dem Dicks rausgezogen. Oh ja, guck mal. Oh ja, ich hab ihn mit dem Dicks. Dragon Shield. Immer noch seit 100 Jahren da. Ja, Trindar, wer macht den jetzt? Trindar, wer macht den Solo? Naja, aber viel zu schnell, Digger. Ach, sie kann ihn selber smithen. Box hat er einfach gesmithet. Oh, Vorsicht. Ach, komm einfach rein, macht ja sonst keinen Spaß. Ja. Wieso resettet man den nicht? Wenn wir so die Kontrolle darüber haben, ist das so dämlich. So dämlich, das nicht zu resetten. Ja, ich schreibe das gar nicht auf, weil ich keinen Ton habe heute. Oh Gott, guck mal. Lettern, lettern, lettern. Lettern. Oh, lettern. Warte, bleib mal hier, Digga. D, D, D. Na ja, geh mir in den Worten. Los, hol ihn dir, Bruder, hol ihn dir, Bruder. Zeige uns, dass du es kannst. Guck mal, die schmeißen alles nach dir hin. Die schmeißen auch alles nach mir. Oh, oh, guck mal. Kayl, Alter, die Caitlyn ist OP, Digga. Die Caitlyn stirbt am Doran. Haha, dead Cait, Alter. Gott, mich, guck mal hier. Woo. Welcome to the Havoc. Who's next on the chopping block? Welcome to the Havoc. I got spirit with H. Welcome to the Havoc. Come, schnell, bot lane, bot lane, Bruder. Ja, ich komme. Oh, holy shit. Los, komm, hook ihn, Digga. Sei mein cooler Bruder. Hook ihn, bitte. Oh, mein Gott. God, you are so bad. Fuck off. Er ist einfach ausgewichen, ey. Sorry, was soll ich machen? Ich habe einen richtig gesetzt auf seinen Laufweg, aber dann ist er nach rechts dort ausgewischen. Was soll ich denn machen? Ich hasse Trinder mehr. Ey, die machen jetzt nur noch Split Push, weil... Komm mit drauf. Ja, ich komme drauf. Nein, ihr bleibt alles da. Nein. Oh, hast du gesehen, wie ich gebürstet habe mit ihm zusammen? Holy shit, Alter. Der Dronecton. Geil, Digga. Ja, wir haben die so weggebürstet, Alter. Wee, DF. Dead Ass. So geil, Digga. Die Flames sind nice. Ich finde das nicht so schlimm, wenn Leute sagen Dead Ass. Weißt du, so. Ich finde, das ist eigentlich noch witzig gemeint. Guck mal, wie denke ich dich jetzt bin. Ah, ich gehe mal drauf. Der Supporter bekommt auch noch einen Hals. Benden. Oh, that hate. That hate. Oh, that read. Lantern. Lantern. Shit, da war die Lantern. Oh, jetzt haben wir ihn. Lantern hier. Oh, ich muss weg. Oh, Lantern. Lantern. Ciao, Bruder. Oh, dead read. Fuck off. Ah. Ah. He follow me. No, fuck off you. You cannot do this past. Fuck off me, you piece of shit. Wie ist es passiert, Alter? Okay, ich porte mich hier weg. Könnte ich Six töten mit Ulti? Ja, eigentlich schon. Aber ich muss jetzt defenden, dass wir nicht sterben. Na, mach das mal. Also, dass wir nicht... Okay. Later, bitch. Komm jetzt schon nachher. Du Sohn deiner Hure. Guck mal, wie lang er mich gechased hat. Weißt du, er geht auf den Support. Alter, soll er jemand anderes haben? Oh, jetzt bist du tot, mein Freund. Schön hierbleiben. Das ist tot, ja. Du siehst tot. Oh, das hilft dir nicht. Dead read, Bruder, dead read. Haha. Ja, da wollte Six ein bisschen zu viel, Digga. Da wollte er ein bisschen too much, der Kleine. Ja. It's xpicky-style, Digga, hier. Xpicky incoming. Never mind, sagt sie. Übergeil, Digga. Only dead, bitches. Ja, guck dir den Schaden an, Junge. Oh, Ezreal ulti war op. Lass uns raus. Danke, bis zu sehen, YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.